Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie versprochen, nach meinem Store-Update-Video zeige ich euch jetzt den kurzen Teaser-Trailer für den neuen Skin vom kommenden Event, was am Dienstag startet. Auf Twitch hat Apex einen kurzen Teaser-Trailer über den neuen Skin vom Pathfinder gezeigt. Der sieht richtig geil aus, sieht auch ein bisschen lustig aus, weil da noch was Cooles passiert. Lasst euch einfach mal selber überraschen. Wenn ihr das Video noch nicht kennen solltet, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, um keine Infovideos mehr zu verpassen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Der nächste Livestream ist für dieses Event am Dienstag gegen 18 Uhr. Könnt ihr mit mir rechnen, da möchte ich in das neue Event reinstreamen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem ganz kurzen Teaser-Trailer. Macht euch noch ein schönes Wochenende. Schaut gerne noch mein Store-Update-Video, was ich gerade hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Daumen und ein Abo natürlich da lassen. Bis Dienstag. Bis zum nächsten Mal.